Hallo, herzlich willkommen bei uns im Weingut Franz und Christine Netzel. Ich bin die Christina und ich darf euch heute unser Weingut vorstellen. Wir befinden uns hier jetzt in Göttlersbrunn. Das ist das Zentrum des Weinbaugebietes Kanuntum. Der Haupteinfluss kommt vom See, vom Burgenland, von Ungarn her. Die warmen Einflüsse, die warmen Spätsommer, die warmen Herbste. Deshalb auch Schwerpunkt Rotwein bei uns in der Region. Aber der große Unterschied zu den Regionen direkt am See ist dann doch die Donau, weil wir viel größere Tag-Nacht-Temperaturunterschiede haben. Ich mache das gemeinsam mit meinen Eltern nach wie vor. Der Papa und ich machen Keller, teilen uns die Kellerverantwortung und so weiter auf. Für uns in der Familie ist es halt wichtig, dass der Weinkarakter hat. Spannend wird es erst, wann da wirklich was rausspricht, wenn man da was rausfindet. Und das gibt uns die Natur natürlich. Also wachsen tut der Wein schon im Weingarten. Und wir versuchen das im Keller wirklich so zu erhalten und in unseren Weinen wieder zu spiegeln.